Ja hallo liebe Freunde und willkommen wieder zu einem weiteren Tatsumaki Talk am Wochenende. Ich habe schon gesehen, Rhythmia hat ordentlich Kommentare rausgeholt, aber bevor wir damit starten, fange ich erstmal an. Für alle Leute, die wichtigste Update des Tages wird wahrscheinlich sein, sau viele haben angeschrieben, wann kommt endlich Imoto Living With My Sister raus. Es ist da auf Steam, ihr könnt es euch holen, aktuelle Seite wird angezeigt, Kaufpreis sind ungefähr 10,23 Euro, easy going, könnt ihr euch gleich mitnehmen. Ist noch in Deutschland erhältlich, ist aber erst seit gestern raus und ich wette mit euch, dass das Ding schneller wahrscheinlich von der Bildfläche verschwinden kann für Deutschland, als ihr wissen könnt. Aktuell Schimpfwörter nur mit drin. Also, ihr waltet ja die ganze Zeit Living With My Sister von Monocon Fantasy, das ist die Fantasy-Version, nicht vergessen. Das ist auch die Colorado-Version, die ich ja erzählt habe mit der Fantasy-Version. Das ist auch mit den RPG-Teilen mit drin. Da haben ja alle schon gesagt, ich will das eigentlich haben, ich will das eigentlich haben, wo hast du das her, wo hast du das her. Jetzt aktuell verfügbar auf Steam, könnt ihr euch kaufen. Wie gesagt, 20, 23 aktueller Preis, habe ich mir auch gleich gegönnt, weil ich glaube, dass das Spiel nicht lange dabei sein wird. Jetzt kommen wir zum Uncut-Patch. Ja, in diesem Spiel wird wahrscheinlich kein Uncut-Scenes drin sein. Deswegen geht ihr dann hier oben auf Kangoo Games.com rauf, Kangoo Games. Und dort könnt ihr euch den Uncensored-Patch übrigens für das Spiel holen. Ist free, könnt ihr euch einfach runterladen. Ihr könnt es auch hier kaufen auf Kangoo Games, wenn es irgendwann nicht mehr auf Steam erhältlich sein sollte. Aber ich kenne ja viele Leute, die wollen ja gerne ihre Steam-Liste komplexieren, wie ich auch. Und sie, wo welche Spiele gerne in ihrer Steam-Liste drin haben. Deswegen aktuell nur gleich gesagt, für Deutschland noch erhältlich. Schlagt am besten jetzt sofort zu und kauft es euch. Ein Zehner hat jeder über die 23 Cent Kipsa als Trinkgeld noch mit drauf. Und dann habt das jedenfalls in eurer Liste, bevor es da gebannt wird und in Deutschland nicht mehr da sein wird. Weil ich kann mir vorstellen, dass das schnell Furore machen wird. Das wird nicht lange da sein. Da sollte man doch schon schnell zugreifen. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, das in den öffentlichen Markt zu pressen. Das ist für mich, ehrlich gesagt, ziemlich verwunderlich. Ich hätte nicht damit gedacht, dass das überhaupt allgemein in der Welt verfügbar sein wird. Weil gerade Living with my Sister, da sieht man mal wieder, wie Steam so mit einigen Spielen so umgeht und sagt so, ja, kann man mal frei reinhauen. Auch schön. Auch Kangura Games, die machen doch nichts Böses. Nein, die Jungs doch nicht. Und dann knallen die das mal eben frei rein. Ist aber cool. Finde ich echt nicht schlecht. Gönnt's euch, Leute, gönnt's euch. Das sind schon die Ersten. Ich habe das gerade mal bei mir live installiert. Und als die meisten User-Reviews schon gleich angesehen haben, die haben gleich schon gefeiert, wie die letzten Augehörden. Das ist Wahnsinn. So, dann nochmal auf den Community-Tab nochmal drauf einzugehen. Ihr seid wahnsinnig, ne? Ihr seid so genial, wahnsinnig geil. Ich freue mich jedes Mal. So, zu Kalkatsu gab es ja aktuell jetzt wieder mal die Ausscheidungsverfahren. Und ich habe, ehrlich gesagt, mit viel, einen viel engeren Rennen im Moment gerechnet. Aktuell sind 39 Stimmen geballert worden. Und wow. Also, ihr überrascht mich wirklich immer wieder. So, Team Marine scheint wahrscheinlich gerade durch ihren Anime sowieso, ne? Dress-Up-Dale in... Ziemlich in kommen zu sein. Hat immerhin 62% reingefeuert. Wo ich mir gedacht habe, boah, Alter, die geht aber gut ab, ey. Die ich gar nicht erwarte, dass sie doch so gut bei euch ankommt. Ähm, Team Kanna. Kanna ist mit 13% auf den... Nee, auf 2. Platz ist Asuka mit 15%. Dann kommt Kanna mit 13% und Saya mit 10%. Die Team Asuka hat auch mal ordentlich zugeschlagen. Letztens beim Voting, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ähm, es war erst so, dass Asuka ziemlich abgeschlagen war. Marine hat sehr schnell die Führung übernommen. Ähm, Asuka war abgeschlagen. Saya und Kanna haben sich dann im Platz 2 sogar noch geteilt zwischenzeitlich. Weil es sehr eng geworden ist. Und dann auf einmal kamen wohl die Asuka-Leute aus der Ecke raus. Und dann so, what? What is here los? Sie ist auf der Liste? No, no, no. Die bleibt auf der Eisele. Die bleibt, die bleibt. Und hauen da auf den Button rauf. Bleib, bleib, bleib. Und jetzt hat Asuka schon 15% der Stimmen reingenommen. Ob Marine noch einzuholen ist? Ich wage es zu bezweifeln. Ich glaube, die knallt ganz schön durch. Aber Saya, Kanna und Asuka sind noch ordentlich im Rennen drin. Und, äh, das wird ein richtig enges Rennen werden. Wer da wohl nachher noch ein paar Stimmen abstauben wird. Ich bin gespannt. So, das wollte ich euch nur mal hier zu machen. Mal, äh, alles nochmal erzählen. So, und dann erstmal auch vielen, 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 vielen herzlichen Dank an 3049 Abonnenten. Was, wir haben fast schon die 3000, was, wir haben 3050 Abonnenten schon fast geschafft. Wow. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür auf alle Fälle. Und, äh, wow. Ihr haut mich immer wieder um. Ihr haut mich immer wieder um. Es ist unglaublich. Mal gehen auf einmal ganz viele Abonnenten weg. Was ich auch verstehen kann. Es ist ja auch nicht schlimm, wenn Abos gehen oder uns das Format dann eigentlich mehr interessiert. Dann kommt ein Wochenende oder sonst was alles. Und auf einmal knallt die Aboschiene weiter nach oben. Ähm, echt begeisternd. Danke, danke, danke dafür. Übrigens, gleich vorweg, wer heute mit einem, ähm, zusätzlichen Video noch gerechnet, oder besser gesagt damit noch gerechnet hat, dass ich heute noch Dingses auf, äh, aufzeige Animes, tut mir leid, kann ich leider heute nicht. Ich habe die letzte Woche keine Zeit gehabt, irgendwelche Animes zu sehen. War die ganze letzte Woche ziemlich, äh, ja, damit beschäftigt auch, äh, ja, Private-Live-Sachen, ne. Und dann habe ich mir Zeit genommen, um noch ein paar Games zu testen. Ähm, und ich habe ja auch für Home-Together, kann ich auch gleich mal dazu erzählen, wir kommen gleich auf die Inhalte. Bei Home-Together, äh, die 020.2 ist erschienen, ist bei euch auch wieder mal sehr gut angekommen. Ähm, da habe ich mich letzte Woche wirklich sehr mit beschäftigt, intensiv, um das, äh, Update ein bisschen besser zu verstehen. Auch mit den Devs habe ich da im Moment noch geredet. Das erstmal auch nochmal hier ein herzliches Dankeschön dafür, ähm, dass ihr mich da so gut eingewiesen habt drauf. Ähm, und habe mich damit ein bisschen auseinandergesetzt. Und es ist einfach zu erlernen und einfach zu beherrschen alles. Aber trotzdem, es nimmt Zeit weg, ne, sowas alles vorzubereiten, sowas alles dann fertig zu machen. Dann die Videos dafür rauszubringen. Dann muss ich noch gucken, dass ich Keukatsu aufnehme, äh, Lucky Paradox noch aufnehme. Also, dass das alles so immer drinne bleibt, ne. So, deswegen, bei Home-Together kamen wir auf alle Fälle raus. Dann wird, wen trifft es heute? Hat auch für euch ein Magig bekommen. Sehr, ich danke immer für ein Magig oder ein Daumen hoch auf bei Keukatsu. Bin ich immer sehr begeistert. Lucky Paradox, wie gesagt, sind wir jetzt schon bei Part 5. Erste Kuss und ein Geisterhaus. Prims erster Kuss. Fand ich sehr cool. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und geht natürlich noch. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir noch machen wollen. Ähm, ich schaue einfach mal. Aber wir sind schon gut dabei, sodass ich sagen kann, wir können noch zwei Folgen machen und dann das Ganze erst mal als beendet abstempeln. Hm. Ich denke mal, dann habt ihr einen sehr guten Eindruck von, ähm, Lucky Paradox bekommen. Und ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, in welche Richtung das Spiel geht. Und dafür soll dieses Angespielt ja auch sein. Ich will die Spiele hier nicht durchspielen. Ich will sie anspielen. So. Interessant, interessant, interessant. Die Aufrufzahlen haben mich, fand ich sehr interessant. Vielleicht ein anderes User-Bild nehmen. Ich weiß es nicht. Magic Academy von Wild Pier Games. War ja eine Demo. Hat bei euch erstmal viermal mag ich nicht, äh, viermal mag ich bekommen. Mag ich, mag ich nicht. Nein, viermal mag ich bekommen. Ähm. Ich hätte bei den Games mit mehr Diskussionsstoff gerechnet. Gerade, weil es doch so sehr Summertime-Saga-like ist und sich so ein bisschen auf das Harry-Potter-Universum stürzt, hätte ich, ich weiß nicht. Ich persönlich habe hier das erste Mal gespielt habe. Mir sind so sehr viele Sachen durch den Kopf geschossen. Ist es gut? Ist es nicht gut? Ist das geil? Ist das nicht geil? Äh, Ähnlichkeiten waren doch sehr, sehr hart da. Hm. Wir haben ja schon gesehen in Games, in anderen Games, wo war Summertime-Saga sehr viel Red Rim, mal so als Beispiel genommen, ähm, dass es doch nicht auf die, also doch nicht so die Zustimmung von euch bekommen hat. Einige waren dann doch ein bisschen sehr enttäuscht, dass einfach so die Games so kopiert werden. Gerade so eine Teile, die jeder kennt, Summertime-Saga ist halt ein Game, was in jedem Munde ist. Viele sind auch, mich einschließlich mit dazu, wieder zurück mit Summertime-Saga gekommen. Auf diese Age-Szene, auf Age-Games, ähm, und haben dann erst wieder angefangen, Age-Games auch wieder zu spielen, nachdem sie Summertime-Saga gespielt haben. Ähm, ja, das ist halt ein großer Vorreiter, muss man sagen. Summertime-Saga, ne, und Natürlich wird es die einen oder anderen Copies da natürlich auch draus geben, weil es halt so ein bekanntes Spiel ist. Er macht das aber ganz schlau, er copiert zwar, aber stellt seine eigene Story auf, ne. Aber da hatte ich ja mit mehr, merko, ähm, ja, mit mehr, mit mehr Diskussionen gerechnet. Aber ist okay, ich bin zufrieden, oder besser gesagt, ich denke mal, der Hersteller, äh, der Entwickler wird auch teilweise zufrieden sein. Hm. Klar, jeder Entwickler wünscht sich immer natürlich so viel Feedback zu bekommen und so viel Aufrufe zu bekommen wie möglich. Ähm, alles andere geht aber dann über die Zeit. Wie gesagt, ist ja auch nur eine Demo, ich gucke mir dann nochmal die richtige Folgeversion an. Aber für eine Demo ist schon sehr viel, sehr, sehr viel Content drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, du kriegst bei der Demo, könnt ihr euch auch frei runterladen, schon guten Eindruck, wie das Spiel laufen wird. So, ähm, was haben wir denn da? Dann gab es ja den Talk und die Updates. Sehr schön. Also, wie gesagt, ne, letzte Woche wieder mal ein bisschen entspannt. Hm. Für jeden etwas dabei, so will ich das ja auch haben. Jeder soll immer was zu gucken bekommen und jeder soll immer was zu haben. Deswegen ist die Woche eigentlich immer ganz angenehm. Äh, äh, ganz angenehm. Vielleicht heute, ich bin noch am überlegen, ich habe mit etwas gewollt, deswegen warte ich jetzt extra. Die meisten Zuschauer haben schon abgeschaltet, das ist jetzt für die, die weiter zugucken. Vielleicht gibt es heute ein kleines Special. Ich möchte etwas wieder ins Leben erwecken, was ich damals schon mal gemacht habe. Es kam sehr gut an und ich habe es gefeiert. Ich möchte das gerne sonntags bringen. 18 Uhr Special, immer abends, auf dem Sonntag, mal gucken, wie euch das gefällt. Ich sag nur, es ist ein sehr bekanntes Spiel. Wir haben uns da immer gerne mal die Girls angeguckt. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, wenn das Community-Feedback da richtig mitballert. Kommen wir auf die Kommentare zu sprechen. Rhythm-Eff hat mich gefeuert. Und zwar richtig. Hm. Dein ganzer Content ist erbärmlich. Danke. Ist doch nicht schlimm. Dein ganzer Content ist aber erbärmlich. Ja, warum nicht? Wenn man das so sieht, ich bin ja frei gegen, mir aus können die Leute gerne Kritik äußern. Habe ich ja kein Problem mit. Wenn er das nicht mit einverstanden ist und wenn er das nicht mag, gerne, doch ist doch nicht schlimm. Ist doch nicht schlimm, muss er ja nicht gucken. Wenn er meint, wenn er sich sogar mal ganzen Content angesehen hat, danke ich ihm nochmal dafür, dass er die ganzen Content gesehen hat. Wenn er sich dann das einzige Video angeguckt hat und er sagt, es ist scheiße, ja, dann ist es halt so. Kein Problem. Sehe ich offen und locker ein. Es wird nicht. Das ist ja auch immer so eine Sache. Das ist mir auch schon klar. Für viele Leute werden es vielleicht nicht feiern. Es wird immer wieder Kommentare geben und dies und das alles geben, die sagen, scheiß, sorry, scheiß Ding, blöde Games und dies und das alles. Das ist ja auch alles berechtigt. Können sie ja auch gerne machen. Die Kommentare lasse ich auch stehen. Ich bin nicht jemand, der alles löschen muss oder negativ kommentieren muss. Nein, nein. Weil nicht alle Games, für die die Leute zusprechend sind. Die meisten anderen spielen lieber COD, spielen Apex und sonst was alles. Und hier ist halt der Content auf was einer ganz anderen Schiene gelegt. Aber das ist doch nicht schlimm. Warum soll man es nicht äußern dürfen? Solange es, ja, nicht in die Beleidigungsschiene reingeht. Weil beleidigen, das gehört sich einfach nicht. Ihr könnt ja sagen, wie er zum Beispiel geschrieben hat, die Aussage nehme ich richtig an. Findet er erbärmlich den Content. Ja, dann ist es halt so. Das ist noch eine Aussage, die kann ich annehmen. Die respektiere ich und das ist auch ganz okay. Da muss auch keiner drauf rumhacken oder sonst was alles. Er äußert seine freie Meinung. Das darf er auch. Solange er nicht beleidigend wird, ist alles in Ordnung. Weil beleidigen finde ich immer ein bisschen sehr unpassend. So. Rhythmia hat sich also mal eben Prince of Sabuja reingeguckt, die Rewrite-Version. Habe mal gegoogelt. Ist echt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die Rewrite sieht echt atemberaubend aus. Macht einen guten Eindruck. Definitiv, ja. Ich weiß, dass die überarbeitete Version wirklich um einiges besser aussieht. Ich kenne ja Prince of Sabuja auch als normale Fassung. Also das ist die frühere Fassung und die hat er ganz schön hart bearbeitet. Da sind ganz schön Sachen dabei, die wirklich geil aussehen und wirklich gut bearbeitet worden sind. Da hat er richtig Mühe noch mal reingesteckt, um das ganze Game mal richtig hochzuputschen. So, dann auf den nächsten. Rhythmia haut sich Deep Vault 69 von Boromo rein. Echt schöner Grafikstil. Sieht man sofort, dass das handgezeichnet ist. Der starke Fallout Flair kommt auch sofort rüber. Nicht zuletzt, weil Songs aus Fallout 3 mitverwendet werden. Zum Beispiel, I don't want to set the world on fire. Genau. Das ist, ja. Wenn man Fallout gespielt hat, ich glaube, dieser Song bleibt einen echt in den Hintergrund stecken, ey. Aber wirklich insgesamt sehr viel Fallout konnte mit drin. Ein sehr schöner Song. Ja, definitiv. Das Spiel sieht echt gut aus, wenn man von den ganzen Age-Mods für ZB Fallout 3 genug hat. Kann man hier sicher reinschauen und wird nicht enttäuscht. Definitiv. Ja, es gibt ja übelst viele Mods für Fallout 3. Komisch, da holen sich die Leute die Mods alle runter. Aber ein Age-Game-Spiel ist da wieder was anderes. Hä? Ist halt so, ne? Ist immer verwunderlich alles. Aber meine Güte, jeder, was er spielen möchte. Ich sag ja auch, jeder soll frei spielen, was er möchte und was er mag. Ne? Das ist jeden sein Spielstil. So. Ähm. Dann haben wir The Headmaster. Und da war Rhythmia so ein bisschen, hm. Gespalten, meiner Meinung nach. Äh. Es sieht jetzt nicht Bombe aus. Aber ich denke, es ist okay. Ja. Die Charakter sehen ganz gut aus. Äh. Sah zumindest, äh, sah zumindest interessant genug aus, um vielleicht mal reinzuschauen. Es gibt nur einen Punkt, der mich stört. Heute. Jahr 1 nach Release des Videos. Ist das Spiel immer noch in einer, äh, immer noch in der Version 0.15? Ich weiß nicht, welche Version du hier spielst. Ähm. Aber das macht keinen guten Eindruck, wenn die Regelmäßigen, wenn die Regelmäßigkeit an, äh, an Updates betrifft. Ähm. Ui. Da muss ich erstmal nachgucken, auf was Headmaster gerade aktuell so schwört. Ähm. Kann ich mal eben, warte mal. Gut. Ich nehme hier einen neuen Tab auf. Ähm. Guck mal eben ganz kurz rein da. Stürmer eben ganz kurz schneiden. Ähm. Ähm. Der Headmaster hast du gesagt, wirst du mal gucken, ne? Ich muss mal eben ganz kurz bei mir. So, mal sehen, auf was wir das gerade aktuell haben. Ich schaue mal rauf. Wir sind aktuell bei der Headmaster. Ja, doch, ja. Äh, Rhythmia hat recht. Aktueller Stand von der Headmaster ist aktuell 0.15, äh, 3.1. Ist aber public, ne? Also ihr könnt es mal frei runterladen. Ähm. Aber ja, doch, die Contents für der Headmaster waren sehr, sehr wenig gewesen. Stimmt. Wir sind jetzt aktuell auch wirklich noch in der 0.15er Version. Gut. Ähm. So. Zudem verlangt das Spiel trotz der frühen Version schon 6 GB an Speicherplatz. Das ist enorm. Ja, es ist aber auch sehr viel drin, da muss ich sagen. Also auch die 0.15 Version hat schon einiges an Content drin, der euch erstmal ein bisschen begeistern lässt. Oder besser gesagt an der Leine lässt. Gerade mit den, ähm, mit der Schulleitung. Das ist schon so ein, da muss man erstmal kurz sich reinspielen, damit man weiß, wie das mit der Schulleitungssystem funktioniert. Ähm. Aber vielleicht spricht das dafür, wie viel Content schon drin ist. Fragezeichen? Nicht sicher. Ähm. Definitiv mal reingucken. Das ist ein Public-Bild da. Die 0.15 3.1 ist ein Public-Bild. Könnt ihr euch also frei runterladen. Und braucht dafür auch nichts zahlen. Ja, 6 GB ist natürlich eine ganze Ansage. Aber ich habe da einige Spiele schon manchmal gesehen, die kommen mit 20 GB um die Ecke. Wo ich gedacht habe, was ist jetzt gerade kaputt? Ähm. Und da war wenig Content drin gewesen. Aber halt sehr viel Videorender-Material. Und, äh, puh. Da war ich dann echt, uh, meine Güte. Na, aber der Content war sehr kurz. Sagen wir mal so. Bei der Headmaster ist das ein bisschen anders. Headmaster spielt ja auch so mit, ähm, mit den ganzen Hin und Her. Und, äh, mit, äh, mit dieser Schule, äh, mit dem Schulsystem, mit dem Bestrafen und auch Story noch mit drin. Und dann immer zusehen, dass die Schule auch, äh, genug Fleißigkeitspunkte hat. Also wenn du es ohne Cheats und alles spielst, ist das schon manchmal am Anfang erstmal recht verwirrend. Aber danach, wenn man sich eingespielt hat und versteht hat, worum es ein Headmaster geht, äh, auch sehr interessant. So, Perfect Lover von Green Curry. Jetzt bin ich mal gespannt. Mmh, sieht mehr nach einer Art Honey Select aus. Äh, such dir die Szene aus. Positionier dich. Und das Girl. Änder das Outfit und dann geht's los. Weniger Spiel. Äh, weniger Spiel. Und mehr. Probier einfach ein paar Dinge aus, wer es mag. Definitiv. Ähm, ja. War einer der damaligen großen Reiter damit noch dazu gewesen zu Honey Select 1 Phase. Äh, da kam auch Perfect Lover mal um Erke geschossen. Äh, hatte auch Ähnlichkeiten damit natürlich auch gehabt. Und das waren damals so die, also Perfect Lover hatte ja auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Gab's ja auch mal bei Steam. Oder gibt's übrigens auch bei Steam. Können sich einige Leute auf Steam auch kaufen. Ähm, es war okay. Es war wirklich okay. Für das, was es macht, war es okay. Es hatte keine Story, es hatte kein Dies. Es war einfach nur Date das Girl an den und den Tag. Und dann geh los und, äh, ja. Mach dein Ding. Und dann am nächsten Tag ist es, das hat immer gefehlt bei den Teilen. Ne Story Content. Eigentlich nur so einfach rein. Und immer neue Sachen freischalten natürlich. Das war das Einzige. Aber, wie du schon sagst, wer es mag, ne. So, dann kommen wir mal zu, ah. Ritmef, setz dich mal da. Nein, nein, du passt nicht. Du setzt dich da ran, mein Lieber. So, The Secrets, ähm. Und Off the House von, ähm, Discreen Version. Ritmef. Nicht passen. Ransetzen. Ich musste da auch durch. Äh, das Spiel sieht mir zu sehr nach Arbeit aus. Ich passe. Ne, nix da. Was glaubst du, wie ich geflucht habe an der einen Szene, ey. Da kommt ja dieses widerliche, ach, das ist so eine widerliche, verkackte Szene bei den Games. Ähm. Ihr kommt nachher ein Story-Content-Telling ran, wo ihr die Brieftasche von der Mutter holen müsst und dort die ID-Karte rausholen müsst. Dann die Brieftasche, dann die kopieren müsst. Die ID-Karte wieder in die Brieftasche zurück. Die Kopierung dann haben müsst. Und die Brieftasche da wieder zurücklegen muss. Ich glaube, ich hatte da irgendeinen Fehler gemacht. Ich habe das nicht richtig gemacht. Ne, ich habe vergessen, die ID-Karte zu kopieren. Und habe die Brieftasche wieder zurückgelegt. Und das ganze Spiel war broken. Ich stehe da so mit meinem 4-Stunden-Gameplay. Und denke mir dann so, ach ne, ne. Das ist jetzt nicht dein fucking Ernst, ne. Und dann gucke ich mal in die komplette Lösung rein. Schau da mal rum. Und lese mir das Ganze da alles auf Englisch durch. Um da irgendwie zu verstehen, welchen Kapitel ich jetzt gerade bin. Und gucke dann nachher hinten heraus. Lese dann so ein bisschen vor. Und sehe dann, dass da so eine Entscheidung öfters kommt. Und ich mir gedacht habe, what the fuck. Wie kann man nur so böse seine Spieler bestrafen, ey. Also das ist schon echt. Also wenn du das Spiel ohne Komplettlösung durchspielst. Und du es richtig hinkriegst. Respekt davor. Also wow. Das war so ein Game. Also das kann dir Spielfortschritte wirklich in die Tonne kloppen lassen. Da empfiehlt es sich echt viele Save Games anzulegen. Das sagt er glaube ich auch, ne. Ja. Und das ist nicht ohne Grund, warum ein Entwickler dies. Also bei dem muss ich, bei dem Entwickler muss ich ganz ehrlich sagen, saved. Was euer Leben wert ist. Denn euer Lebenszeit wird dann noch mehr begrenzt, als wenn ihr es nicht tut. Saved. So, ähm. Ich passe. Ne. Wirklich. So, ähm. Dann hat er sich noch Taffytales angeguckt. Von UberPi. Äh. Dieses ständige Wackeln im Hintergrund, wenn man die Maus bewegt, ist ja wieder so gar nicht meins. Ich weiß, du magst es eher Standardstill. Alles gut. Äh. Taffytales begeistert aber doch mit seinem eigenen Artstyle, den ich sehr interessant finde. Aber das scheint auch bei dir so zu sein. Der Grafikstil ist okay. Ist gut. Ist was Eigenes und somit irgendwie, äh, ein Alleinstellungsmerkmal. Okay. Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal. Definitiv. Ähm. Taffytales hat ja auch wieder ein Update mal bekommen. Die Updates kommen aber sehr unregelmäßig von Taffytales. Dafür ist aber schon viel Content drin. Und was ich auch sagen muss. Es ist schon ein geiles Spiel. Gerade so die Charakter, seine eigene Stile finde ich. Also ich finde den Stil von seinen Charaktern wirklich sehr interessant. Und, ähm, ja. Ist ein Free Roaming, äh, Dating Game. Aber mit einer sehr kurilen Story. Und meiner Meinung nach auch gar nicht mehr so schlecht. So. Dann School Games von Slot Command. Das Spiel ist Highscore beliebt. Ähm. Ich bin gespannt, wann es abgeschlossen ist. So. Sehr umfangreiche Auswahlmöglichkeiten. Und echt guter, äh, echt gute Grafik. Äh. Auch was, äh, auf was ich auf Ichi an zusätzlichen Bildern gesehen habe. Ich glaube, da muss man aber richtig viel Zeit investieren. Und wirklich drin, äh, drinnen zu sein. Definitiv. Also, ich sage mal so. School Games ist auch wieder so ein Game, wo du wirklich erstmal schon allein bei der Charakterherstellung voll viel blöde Entscheidungen treffen kannst. Ähm. Wir haben, ihr habt bei School Games ja auch die Möglichkeit, ähm, Hauptcharacters zu daten. Also besser gesagt, da gibt es auch eine Storyline mit Hauptcharacters und dies und das. Die würde ich aber in dem Fall sogar eher mehr als Nebensatz sehen, weil es doch eher mehr darum geht, das Live-Simulation eher durchzuziehen. Du gehst arbeiten, du verdienst dein Geld, du gehst zur Schule, du kannst auf Schlägergruppen treffen, du kannst in einer Schlägergruppe gehören, du kannst Druck machen, du kannst die Leute unter Druck setzen. Du kannst aber auch echter Charme-Boy sein, der Girls-Schwarm, ne, und all den ganzen Kram. Es ist so viel und also das ist mal wieder so ein Ding, wie willst du spielen und du als Spieler, ähm, der Entwickler fragt euch, wie willst du spielen und du als Spieler sitzt da und sagst, alles. Gib mir alles. Und der gibt euch alles und ihr könnt euer Spiel so frei spielen, wie ihr das haben wollt, ne. Weil ihr seid der Leiter des Spiels. Das Spiel gibt euch nur die Vorgaben und ihr spielt es so, wie ihr es spielen wollt, ne. Ist ja bei vielen Games so, ne, wenn man sich mal so ein bisschen mal so reinguckt, ne, so, wie willst du ein Spiel spielen, so wie du es willst. Da gibt es schon einige von, die das so machen. So, ähm, ja, ah, ja, ich meine, äh, Rhythmia schreibt, ah, ja, äh, meine noch zuschauende Liste deiner Videos geht weit zurück. Ich sehe das gerade, ja, 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 ich habe ja auch eine ganze Menge rausgeballert, ne, ist ja auch schon nicht mehr so weit. So, dann haben wir von Booty Hunter, der hat sich der Entwickler gemeldet und hat mir dafür gedankt, dass ich sein Spiel gespielt habe. Ist so gerne, wenn es hoffentlich bringt, dass viele Leute dort, ähm, das Spiel sich angucken und auch downloaden. Gerne doch, ich helfe gerne auch den Entwicklern natürlich. Das ist ja auch der Hauptgrund, warum dieser Kanal entsteht, den Entwicklern zu helfen und mal eine ganz neue Spielsache zu bringen. Dann haben wir noch, äh, there are some cam pics, you, what, da, what, 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 nö, 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 nö. So, Android, Android-Link kam mal wieder auf die, äh, Hutschnur wieder getreten von Umaru Games. Ich habe gleich runtergeschrieben, ist not available for Android, also braucht ihr euch da nicht, keine Sorgen zu machen. Ihr verpasst also nichts bei Umaru 3D für Android. Das gibt es auch gar nicht für Android, also passt bei solchen Sachen auf. Umaru 3D hat nie ein Spiel für Android rausgebracht oder überhaupt allgemein nie ein Spiel außer für Windows rausgebracht. Ich weiß nicht, ob Linux auch geht, da bin ich unschlüssig bei, aber für alle anderen Sachen, wenn ihr irgendwann mal was in Maru 3D bekommt oder sowas alles und ihr wollt das auf ein Handy, das ist ein Handy-AKP-Datei oder iOS-Datei oder sonst was alles, seid vorsichtig da drauf. Das könnte ein Scam sein, das könnte, ähm, Viren beinhalten. Ladet es euch nicht runter, lasst das, ne, lasst davon dann besser doch die Finger. So, und ich habe vom Rippenwaffe noch eine Korrektur gekriegt. Er meinte wirklich der Huf. Ich habe ja am letzten Tag zum Markitalk erzählt, wir haben ja uns über One Piece hier unterhalten, ähm, und da war ja die Aussage gewesen, dass er geschrieben hat, der Huf. Ich habe aber versehentlich, oder besser gesagt für mich persönlich herausgelesen, dass er sich vielleicht vertippt hat und Huf geschrieben hat. Ähm, vielleicht aus Versehen mit H und R, ne, sind ja auch sehr, ne, schräg aufeinander, kann man ja auch mal verklicken aus Versehen. Und, ähm, deswegen bin ich vorausgegangen, aber Ripmeth meinte wirklich der Huf. Das ist schon richtig, weil die Tattoos im, ähm, entferntesten wie ein Huf aussieht. Ach so, oder weil das Tattoo im Pferd ist, wie ein Huf aussieht. Ach so, okay, da ist jetzt der One Piece Man drin, ne, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen. Ah, interessant. Der Huf. Gut, dann heißt das also doch der Huf. So, ja, dann sind wir auch eigentlich schon durch. Ich krieg mal wieder mein Sternchen von Ripmeth mal wieder aufgeballert, weil ich hab fünf Tage durchgemacht. Äh, what is the Easter Egg Code? Wie gesagt, da müsst ihr euch mal bei, ähm, Dominate Them All von Ashley Ratajewski mal hinsetzen und ihn mal selber fragen. Dann bekommt ihr wahrscheinlich auch, oder die Patreon-Seite mal bei ihm benutzen. Dann bekommt ihr wahrscheinlich auch den, äh, Code dafür. Braucht man aber eigentlich nicht. Man kann das Spiel auch so in aller Ruhe durchspielen. Ne, man kann nichts falsch machen. Kann man Game Over erzwingen? Ich weiß es gar nicht. Ne, ich glaub nicht. Geht gar nicht. Ähm, so. Eigentlich soweit alles durchgearbeitet. Ja, alles soweit durchgearbeitet. Wie gesagt, ich verstehe diese Einstellung auch. Äh, er, na, wenn er meinen ganzen Content erbärmlich macht, findet, finde ich das gar nicht mal so schlimm. Ich lass das auch stehen. Keine, äh, auch kein Hate gegen ihn setzen oder sonst was alles brauchen wir nicht. Weil ich finde, das ist eine korrekte Aussage. Sehe ich ganz offen und ehrlich an. Alles in Ordnung und bleib dabei einfach so. Na, wie gesagt, solange die Leute nicht beleidigen werden, hab ich damit auch gar kein Problem, äh, wenn mich Leute kritisieren für das, was ich tue. Na, Age Games zocken. Ich weiß, das ist ein ziemlich großes Thema, ähm, auf YouTube, wenn einer da um die Ecke kommt, gerade aus Deutschland, der Age Games spielt und solche Spiele auch noch im Internet, auf YouTube auch noch präsentiert. Ähm, war mir von vorein klar, wenn ich sowas mal irgendwann mache, dass man dann nicht nur auf, äh, freundschaftliches Vertrauen oder besser gesagt auf Zunahe oder Zustimmung dafür, äh, erntet, sondern sehr, sehr viel Abneigung und auch Hate-Kommentare natürlich auch ziehen wird danach. Das ist aber alles okay, ne? Es muss ja auch nicht jedem gefallen. Du kannst ja auch nicht sagen, die einen mögen die Sims, die anderen mögen Call of Duty. Du kannst nicht die Sims-Spieler zu Call of Duty, äh, schicken und sagen, spielt jetzt Call of Duty. Du kannst auch nicht die Call of Duty-Spieler zu Sims schicken, es ist nur ein Beispiel, und sagen, spielt Call of Duty, äh, spielt lieber Sims, ne? Also, jeder hat seine eigene Spielweise. Jeder spielt seine Spiele, die er spielen möchte. Und das soll auch meiner Meinung nach die Freiheit bleiben. Und diese Art von Spielen wird halt, kriegt halt kaum Popularität. Das ist einfach damit verschuldet, dass eigentlich darüber keiner gerne reden möchte. Age-Games sind einfach Spiele, ähm, über die so mehr im Hintertürchen geredet wird. Vielleicht mal bei ein paar Kumpels hast du mal das Spiel gesehen oder so. Oder doch mehr eher im verschlossenen Kellerchen gespielt werden heutzutage. Also hier in Deutschland auf alle Fälle. Was ich ein bisschen schade finde, weil, ähm, ja, man kann, man sollte offen mit so einem Thema auch umgehen, meiner Meinung nach. Na, es gibt so viele, auch in den vielen, ähm, anderen Spielen, wenn man sich mal überlegt, dass Rockstar damals mit Manhunt angefangen hat, das auch sehr krass war, meiner Meinung nach, und sich jetzt mit GTA und sonst was alles so die, die goldene Nase mitverdient, Ubisoft damals auch Age-Games rausgebracht hat. Ja, jetzt gucken einige Leute, wie, Ubisoft? Ja, auch Ubisoft hatte da ein, zwei Age-Games im Tellerchen versteckt. Äh, ich glaube, war Ubisoft nicht sogar Entwickler von Rotlicht-Tycoon? Oder haben die jetzt nicht gepublished auf alle Fälle? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber die hatten auch ein, zwei Eisen im Feuer gehabt, die mit Age-Games zu tun hatten. Mhm. Aber, ne, es will halt keiner drüber reden. Was ich auch okay finde. Aber irgendwer muss doch mal eigentlich nach vorne brischen und einfach mal die Leute auch mal, äh, drauf hinweisen. Dass es auch so eine Art von den Spielen gibt, die man spielen kann, wenn man es denn möchte. Ich zwinge ja niemanden dazu, die Spiele zu spielen. Ich zwinge auch niemanden dazu, sich die Videos anzusehen. Das bleibt alles euch frei. Ihr könnt das Video einmal schauen, sagen, ist absolut nichts für euch, dieser Kanal. Und dann geht, zieht ihr weiter und guckt auf YouTube weiter rum. Es gibt Millionen von Leuten. Es gibt Influencer, es gibt Let's Player, die so viele verschiedene Contents, äh, es gibt Küche, äh, was gibt's da noch, diese Leute, die mal nur kochen. Es gibt jetzt auch diese Leute, die bei TikTok das Mikrofon, nur volle Kante überdrehen und euch dann irgendwelche stöhnenden Geräusche ins Ohr feuern, wo ich mir denke, alter Dreh doch, da den Pegel mal runter. Ähm, es gibt die, die bei jedem Sub tanzen wie die verrückten Affen. Es gibt so viel, ne, in dieser Welt, wo alle Leute eigentlich mit zufrieden sind. Jeder hat so seine Vorlieben und Nachteile. Aber in Sachen Age-Gaming oder Age-Spiegeln sind dann doch sehr, sehr viele negativ aufgestellt bei und kritisieren das Ganze einfach sehr. Klar, ähm, es gibt auch sehr viele kontroverse Themen, äh, auch gerade an Spielen, was ich so auch selber gesehen habe, die ich niemals bringen würde, sei es jetzt in der Sache hin, ähm, ja, mit Kindern, mit Kindern da irgendwelche Sachen oder sonst was alles. Das sind halt auch so Themen, wo ich sagen muss, da hatte ich mich auch schon bei Kokatsu ein bisschen schwer getan. Weil wenn man sich mal die Originalcharacters bei Kokatsu ansieht, ähm, würde ich sagen, die sind alle unter 18, bin ich ganz ehrlich. Und natürlich ist dieses Spiel auch deswegen auch in die Kritik geraten. Da gebe ich auch vollkommen recht. Na, Kokatsu wurde nicht ohne Grund in Deutschland einfach rausgenommen. Wir haben das Jugendschutzgesetz in der Hinsicht, der gerade auf, äh, kinderpornografische Medien, und da kann ich auch verstehen, dass Kokatsu da rauskommt, äh, da weggespampt wird. Jetzt ist die Frage natürlich, und Honey Select hat es wieder geschafft, reinzukommen, in vielen Ländern. Kokatsu wurde richtig hart, äh, richtig hart runtergeschnitten. Schule raus, dies raus, das raus. Es ist ja auch immer, ich sage ja, wenn ihr euch meine Kokatsu-Videos mal anseht, ne? Ähm, es liegt auch immer an einem selbst, wie du ein Spiel spielst, ne? Du hast einen Free-Creator, du kannst also kreieren, was du willst, ne? Und natürlich wird es da auch die eine oder andere Sachen geben, wo man sich denkt, hm, ne? Aber deswegen war ich auch immer so am Lingen, bringt man Kokatsu oder bringt man es nicht? Ich persönlich mag Kokatsu das Spiel, äh, auch mit seiner ganzen Hinterkonversationen oder ganz negativ natürlich Sachen, die mit da reingefallen sind. Äh, aber trotz allen Dingen finde ich das Spiel selber gar nicht mal so schlecht. Es ist ein coolen Creator, der im Anime-Forum sehr beliebt ist und Anime-Girls einfach mal so erstellen lässt und mit ihnen nochmal ein bisschen interagieren kannst. Du musst ja nicht gleich auf Age gehen, ne? Da kannst du ja auch mit denen ganz normal interagieren, so wie ich das in den Let's Play ja auch mache. Ähm, trotzdem ziemlich, ähm, ja, ziemlich kontrovers in der Hinsicht her gesehen. Ich habe auch ein paar Spiele da mal bekommen. Ich erinnere mich noch an diesen einen Entwickler, der mir mal ein Spiel geschickt hat, wo ich mir gedacht habe, was ist das? Ich schreibe hinein und sage, das kann nicht dein Ernst sein. Übersetzer, Russisch hilft immer. Ähm, warum bringst du so ein Spiel raus? Mach doch mit deinem Talent was anderes. Daraufhin gucke ich auf die Patreon-Seite rauf und habe jetzt erst vor, habe mir so gedacht, das wird nie im Leben auf Patreon weiterhin bleiben. Das kann einfach nicht drauf bleiben. und habe jetzt vor einem Monat ungefähr noch gesehen, dass der immer noch auf Patreon ist und sogar schon Season 2 rausgebracht hat von seinem Game. Ja, kann ich jetzt nichts viel zu sagen. Habe ich nie erwähnt, werde ich auch nie erwähnen, erwähne ich den Titelnamen auch nicht, erwähne dies auch nicht. Ist halt für mich auch so ein Tabu, wo ich sage, da irgendwann, wenn es dann doch zu heftig wird, setze ich eine Grenze vor. Das werde ich auch nicht bringen. Diese Spiele, in denen installiere ich dann meistens auch gleich wieder. Bedanke mich zwar freundlichst bei den Creatern, wenn ich mal sowas bekomme, bedanke ich mich doch recht herzlich, aber weise sie darauf hin, dass es nicht die Art von Spiel ist, die ich auf YouTube vertreten möchte und bewerben möchte. Da muss ich dann eben halt auch einen Cut setzen. So, nichtsdestotrotz wieder genug labert. Ich wollte euch einfach mal davon auf ein Könntnis halten, dass, wie gesagt, der Kanal auch immer wieder öfters mal Hate abgekommen wird und auch Dislikes und dies und das alles. Solange es eigentlich alles im Rahmen des Kanals bleibt und auch normal bleibt, habe ich da überhaupt nichts gegen, weil Kritik darf gerne geäußert werden. Auch freie Kritik ist immer gern gesehen. Wenn da jemand mit mir zufrieden ist, was ich da mache, darf er es ruhig reinschreiben. Er darf es doch kritisieren, das ist gar kein Problem. Kritik, wie immer, im Rahmen des Normalen. Also bitte keine beleidigenden Kritik gegenüber Leuten setzen, die ihr nicht kennt. Das tue ich ja auch nicht im Internet. Ich weiß, das Internet, ich bin untastbar für alle. Ja, leck mich am Arsch. So untastbar bist du im Internet nämlich gar nicht. Ich glaube gar nicht, wie schnell man im Internet erkannt werden kann. Naja, wie gesagt, also untastbar ist man auch in dem World Wide Web nicht. Deswegen passt auch immer auf, was ihr schreibt mit Leuten, was ihr tut bei Leuten, wie ihr auf Leute reagiert, wie ihr auf Leute argumentiert. Haltet euch sachlich. Argumentiert, dass ihr euch der Stil nicht gefällt, der Kanal nicht gefällt. Alles in Ordnung, kann man alles stehen. Ich würde sogar noch sagen, wenn jemand sagt, deine Stimme gefällt mir nicht, dann ist es auch für mich noch okay. Das ist ja kein persönlicher Angriff gegen mich, sondern das ist eher, dass er die Stimme halt nicht mag. Das ist auch alles okay. Aber man sollte eben halt immer aufpassen, was man schreibt. Nicht jeder Content gefällt einem. Also einfach weiterklicken dann. Sagen, okay, hat mir nicht gefallen. Vielleicht einen Daumen runter dalassen. Auch berechtigte Sache. Und einfach in den nächsten Content reinschauen, der einem wieder etwas besser gefällt von jemand anders. So, auf diesem Wege bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch allen einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.